Jede alte Küche hat eines Tages ausgedient. Auf der Suche nach einer neuen kann man leicht den Überblick verlieren. Es gibt unzählige Modelle und die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten. Da ist guter Rat wichtig. Beispielsweise bei der Firma Mundart in Wettigen. Wir haben drei ausgebildete Fachberater, die bei uns im Laden, also im Showroom sagen wir das, bedienen und den Kunden genau präzise Geräte zeigen können. In sogenannten Kojen werden die Küchenen von verschiedenen Herstellern ausgestellt. In einer Koje mit dem Namen des Herstellers zeigt man die wichtigsten neuesten Geräte im Haushaltsbereich. Der Kunde kann genau schauen, wie seine Küche in Zukunft aussehen kann, kann die Geräte ausprobieren, kann aufmachen und kann schauen, wie es funktioniert. So wird der Traum der neuen Küche immer konkreter. Schritt für Schritt. Ja, sicher mal Pläne anschauen, dann allenfalls auch individuell vor Ort das Ganze anschauen. Auch schauen, was sind das für Leute, was sind das für Charakter, in welche Richtung möchten die Küche haben. Dann eben die Funktionen, dass man wirklich das optimal ausnutzt, den Platzangebot, das wir dort haben. Dann allenfalls auch noch in der Kombination, wenn es eine offene Küche ist, mit dem Wohnbereich, dass das einfach eine runde Sache wird. Spezialisiert ist Mundart nicht nur für Produkte ab der Stange. Es wird am Mass geschneidert, wie die Küchenbauer eindrücklich beweisen. Das Spezielle ist, dass man Form und Materialien so aus Wesentlichen reduziert hat, ohne dabei die Funktionalität zu stören. Gegen dem hat man diese sogar optimieren können. Und das fasziniert uns, dass man mit einer ganz einfachen Form, mit einer ganz einfachen Auslegung von Materialien maximale Qualität in Form und Funktion erreichen kann. Die Lösungen, die wir hier präsentieren, sind dann für solche Vorschläge, die wir aus eigenem Antrieb heraus erarbeitet haben. Aber eigentlich das Wichtigste sind sie als unser Kunde und sie sind eigentlich auch unsere Inspirationsquelle. Was wir hier zeigen, sind vielleicht auch sehr radikale Interpretationen, die Mundart entwickelt hat. Doch nicht nur die Küche an sich muss stimmen. Wichtig sind auch die passenden Geräte, die das Kochen dann schlussendlich zum Erlebnis machen. Wir fragen natürlich den Kunden auch, wie gross seine Küche ist, was er gerne hat, was für Funktionen er braucht. Und da haben wir natürlich ausgebildetes Personal, das ihm ganz klar zeigen kann und sagen, welches Gerät zu ihm passt. Es ist einfach eine Begegnung in der Küche, in den Haushaltsgeräten, wo man es so nirgends trifft. Begegnen kann man den Leuten von Mundart vom 16. bis 19. April an der Messe bauen und wohnen in Wettigen.